Mit Full HD, auf meiner Plattform, wo ich ja als Streamer kann ich Full HD machen, obwohl ich so ein schlechtes Upload hab und du hast kaum Verzögerung, 3 bis 5 Sekunden Das ist natürlich gut für, wenn du mit dem Chat interactierst, finde ich das eben besser Ja, das ist schon gut, also ich find's auch gut hier mit OBS, seit ich mit OBS-Dreamer habe ich nur noch 10 bis 20 Sekunden Verzögerung, mit Xplit hatte ich teilweise mehrere Minuten Das war schon krass damals Okay, das Stream scheint heute ganz gut zu laufen Ich hab mir gestern den Stream von gestern auch nochmal einfach gewisses Detail angeschaut und ich hab auch das Gefühl gehabt, er lief relativ flüssig und heute, ich kann euch gleich mal schnell was sagen Also wir hatten gestern bei OBS 26% Dropped Frames und heute haben wir jetzt knapp 24% und so Ist besser als gestern Also ich hab 0% Dropped Frames, obwohl ich auch noch eine richtig schlechte Leitung hab Die klappt sogar weniger schnell hoch wie du mit deinen 500 Kilobytes, glaub ich Also ja, insgesamt hab ich, äh, Upload hab ich 0,61 Mbps, also Megabits per Second Also für Last-Team oder? Kannst du da auch noch eine TS-IP einsetzen, oder? Also für Last-Team oder? Ah, die TS-IP? Ich kann sie doch auch deinen Night-Bot machen Ja, dann kann man zum Beispiel eingeben, äh, Ausrufezeichen TS und dann, ja, kommt 3-IP Aber es kann ja keiner, es kann ja dann noch was Ja, ich kann das einstellen Ja, ich kann das einstellen Ganz ja Äh, es ist gleich 10 Uhr, dann würde ich sagen Boah, hast du viel Scheiße Was RZ meinst du? Ja, vor allem Kupfer Ja Etwa 2 Drittel ist Kupfer Ich weiß Ich muss das erst mal so Denke ich, ich zieh um, das ist zu blöd Ah, du hast schon ein bisschen Ding aus Konstrat Ja, ich muss jetzt eigentlich mal beginnen damit, weil ich hab ziemlich viel Eisen gebraucht Ähm, geht grad nichts, sorry Oh Achso, der möchte, ja genau Es geht Geiles immer ich, äh, Entschuldigung, wenn ich dich gerade unterbrochen mache Nö, nö, Leute dürfen immer reden Ähm, das coole ist, ähm, hier Die Verzögerung Wenn ich den Stream gucke, dass das, ähm, dann verzögert Und dann ist das echt lustig manchmal Wenn man dann schreibt und dann kommt das so, halt 10 oder 20 Sekunden, kommt drauf an Halt verzögert und man sagt das Ich find das manchmal echt interessant Hm Das ist, äh, korrekt, ja So, irgendwas runter machen Oh, ich Ich hasse dieses, also du gecultering Badmami, kannst du mal eben bitte ausrufezeichen LP eingeben, weil bei mir hat's halt nicht geklappt Ich würd ja auch gerne mit euch da spielen oder so Achso, ja LP ist geheim Weil eigentlich ist es so, dass das, äh, ein Community-Server von mir ist, äh, für YouTube-Kanäle Oder ich weiß nicht, du hast einen Kanal, oder nicht? Ja Ähm, machst du Videos? Ja Ich hab, äh, 22 Videos jetzt und hab vor einem Monat angefangen, weil ich versuch jetzt jeden Tag eins rauszubringen, aber halt wegen den Arbeiten muss ich lernen und deswegen geht das nicht Ich hab jetzt schon zwei Videos vorgerendert und hab auch 1000 Projekte am Start, aber irgendwie funktioniert das zur Zeit nicht mit dem Hochladen Also es funktioniert aber ich hab keine Zeit dazu Mhm, also von mir aus, kannst du kommen, wenn du, ich sag mal, wenn du hast ja nicht viel Zeit, dann kannst du, wenn du ein Video pro Woche, äh, von hier überringst, dann ist das mir egal Ja klar, dann kann ich das machen Okay, dann schicke ich dir die IP ins Moment Aber muss ich diese Woche, ähm, dann schon jetzt eins hochladen, weil diese Woche geht's schlecht, das ist ja schon Sonntag Äh, ne, ne, weil ich, ich lad auch noch nichts hoch, ich starte die erste Folge ab am 1. Juni Okay, kann ich dann auch schon einen Spätstart machen, oder? Ja, ja, Mann, äh, wer ist das? Wer ist das? Bei dem... bei dem es so klingt Weiß das Ich, äh, lad die erste Folge so nächste Woche Donnerstag hoch, weil da haben wir frei Und danach die Woche kann ich nicht hochladen, weil ich dann auf Klassenfahrt bin Ähm, das tut mir natürlich leid, weil... Das Übliche Ja Und, ja, okay Die Aldelei auch Äh, ist okay, okay, und dann, äh, TS, äh, Simon Dann stupf ich dich reinfragen So, jetzt darf ich meine Festplatte mal wieder leer machen, die ist so voll Ich habe... Okay, danke So Ähm, hier Ich habe, alleine von meinem, äh, Projekt Meinen Sie, habe ich, ähm... Meinen Sie? Ja, Meinen Sie auf, äh, so einem Server, Meinen Sie 2, habe ich 400 Gigabyte gehabt Jetzt sind es nur noch 177 Yay Benet Z2 mach ich auch Und SkyQuest, das kommt echt gut an Wenn ihr den Fit2Peace Launcher da macht und dieses Sky unnimm... blablabla Erklär hier den Sky ist Hab ich in drei Tagen 80 Klicks bekommen Hm, das übrigens schon Wie viel Abonnenden hast du da? Ja, jetzt erst 20 Das ist, das ist okay dafür, dass du vor einem Monat angefangen hast Ja, das ist eigentlich ziemlich viel Das einzige, was jetzt bei mir schlecht ist, ist die Audioqualität, aber das wird sich auch, ähm, na gut Dann, wenn ich das Geld dazu habe, wird sich das dann auch bessern Ja, wahrscheinlich werde ich mir ein Rode kaufen, Mikrofon Ein Rode NTA1, dieses Beste da Ich weiß nicht, ob es das Beste ist Dein Mikrofon ist noch gut genug Das zweitbeste oder so Aber du musst dir das so vorstellen, da brauchst du auch noch ein Mischpult Hm Und das ist wiederum doof Weil, ähm... Moment Weil das Mischpult kostet dann auch noch mal... Ein Mischpult ist auch nicht billig, das stimmt Ich hab grad ein gerendertes Video weggeschmissen Haha, stimmt Wenn das Mischpult eine Phantomspeisung hat, dann ist ja alles in Ordnung Aber hat's keine, dann hast du die Arschkarte, weil dann... Dann klingt dein Mikrofon wie das, was jetzt das Headset klingt Okay, was du das gehst Jemand hat mir gestern geschrieben, mein Headset tönt wie und ein Membran-Membran-Mikrofon Das war ich Was du das? Meins klingt ja auch im Stream so Stencil-Table, das brauchen ja genau Also, ich würd dir so ein T-Bone sagen, die sind echt gut Okay, ich werd's mir mal anschauen Da brauchst du kein Mischpult und deine Soundqualität ist so supergeil Okay, ja, dank für den Tipp Aber ich hab das Blue Yeti Es kostet... Ah, das kenn ich Blue Yeti kenn ich auch Ja, 100 Euro ungefähr Ja, das T-Bone kostet auch 100 Ist das Blue Yeti nicht dieses große? Ich hab keine Ahnung, ich kann das schlecht beschreiben Das ist eigentlich ein Standfuß-Mikrofon, kann man aber auch an einem Mikrofonständer machen Okay, dann weiß ich welches das ist Das ist auf jeden Fall auch ein gutes, soweit ich weiß Ja, das hat auch ohne Mischpult bei mir Okay, jetzt würd ich mir gerne einen Steinhammer machen Und sie bauen ja so Und nämlich Pult ist total unprofessionell Das ist meine Meinung nach Und sie bauen ja so Und sie bauen ja so Und sie bauen ja so Man muss das ja nicht haben, wenn es bei USB eingebaut ist direkt Oh, in welcher Gruppe ist die Schweiz? Ähm... Weiss ich gerade gar nicht Ulti, könntest du mir vielleicht später oder den nächsten Tagen mal so helfen, wobei ich habe mal versucht, einen Teamspeak-Server über No-IP zu machen. Kann ich dir ja helfen. Ja, also ich habe auch noch keine Erfahrung so mit Server machen. Ja, klar, helfe ich. Dann zu Badmummy-Fragen. Oder mich. Jetzt ist auch still. Ja, ich muss gerade was gucken. Was war das im Irland-Irkundig? Das leckt gerade bei mir richtig. Was ist das Team? Nee, bei mir. Ich habe gerade 27 FPS. Okay. Ohne Schäder, ohne Text-Shop-Pack. Ex-Gon-Liter-Head. Welches Geheim-Favorite? Oh echt. Hier ist ein Lukas-Statue aus einem Birkenholz. Okay. Ulti, du hast... Ja? Wer hat noch Skype-On? Ich nicht. Äh, ich nix. Badmummy? Außerdem auch bin ich gerade im Diss-Ir-Pack. Ja, ich könnte mein Skype-On. Ja, dann kannst du das mal eben machen, weil ich muss mal eben, äh, musst du mal eben was schicken. Welche IP? Ich bitte dich einfach mal zu Kontontakten hinzu, wenn das geht. Also wenn du... Ja, warte, ich darf sagen. Das okay ist für dich. Nein! Ich will keinen Video-Anruf machen. Nein! So, ja. Störe einfach nur ein Bild schicken. Wie geht das über Handy? Nichts nicht Handy. Äh, über Handy glaube ich gar nicht. Kannst du es vielleicht... Doch, wir können. Ich lass... Okay. Wie ist jetzt die IP? Ja, du kommst du nicht, hast du gesagt, du machst du nicht mit. Ja, du hast du vielleicht schon. Nee, du hast zuerst gesagt, du machst nicht mit, dann musst du jetzt nicht mehr kommen. Jetzt ist es zu spät. Komm schon, bitte Internetverbindung hier oben. Funktioniere. Das ist das denn. Und freundlich. So, wir laufen jetzt. Ich muss sich den Ordner wieder löschen. Das... Warte mal ein. Und für Speicherverbrauch. Muss aber sein, in TeamSpeak klingt ja alle bei mir ziemlich besser. Als wenn ihr jetzt mit Skype das macht. Okay. Echt? Ich fänd mich echt guterig nicht gleich. Ja, ich hab's dir geschickt. So, Tool... Oh, da brauchen ja 7 Picks. Hab ich ganz vergessen. Und die haben noch gar kein Clay. Äh, ja. Ich meinte, da kann man Clay und die herstellen. Wahrscheinlich schon. Clay. Ähm. Ich hab so das Gefühl, der Server kommt gerade mit einem Weltgenerierende nach. Okay, ja stimmt. Ich hab auch nur 15 FPS gehört. Okay. So, wir brauchen jetzt. Gut, ich hab jetzt wieder 100. Jetzt müsste es gehen wieder. Aber wir stärken jetzt auch wieder ein wenig. Ähm, könntest du mal eben gucken? Also nicht Multi, sondern hier, AdMami. Irgendein Foto, was ich dir geschickt habe. Oh, ich hab einen Nucky-Block gefunden, den zweiten im heutigen Nive-Stick. Soll ich dir mal die IP schreiben? Soll ich dir mal die IP schreiben? Ja, das hat Multi-Schwimmer gemacht. Okay, Leute, ich geh jetzt mal in mein eigenes Channel hier einfach schnell. Weil die reden alle ein bisschen durcheinander. Ja, machen wir. Wer wichtig will, äh... Immer mehr bleiben oben. Okay, ich bin einfach so willkommen wieder. Ja, okay. Okay, ja. Im Stream hört er mich ja trotzdem. Also, ähm... Der zweite Lucky-Block. Lonely Mining, ähm... Leid... Ähm... Hast du einen YouTube-Kanal? Wenn du einen YouTube-Kanal hast und Videos machst, darfst du hier kommen. Weil es werden nur Leute akzeptiert, die Videos machen und von diesem Server hier halt... Und die auch ausbringen. So, und es wird Nacht. Dann pennen wir doch hier gleich mal. So, und das ist der zweite Lucky-Block hier, den wir gefunden haben. Wir haben schon mal einen gefunden und haben vier goldene Äpfel plus, ähm... Äh, einen OP-Apfel auch noch gefunden. Das war, ja, war schon ziemlich heftig. So, okay, du hast einen Kanal. Ist der Kanal, ähm, gross oder... Also, ich meine, ungefähr so 20, 30 Abonnenten ist schon das Minimum, das man haben muss für hier. Aber ich habe lange nichts mehr hochgeladen. Ja, das ist nicht gut. Dann bringt's... Wenn du lange nichts mehr hochlässt und 100 Abonnenten hast, dann werden die das auch nicht sicher schauen. Äh, aber du kannst auf unseren TS kommen. Äh, die TS-Adresse ist... Okay, jetzt hat er gespammt. Irgendwas. Was hat er denn geschrieben? Na, ich entpann den mal wieder. Okay, so. Unseren zweiten Lucky-Block. Oh, Simon ist da. Hi. Oh, geil. Hoi. Hoi ist da rausgekommen, oder? Ja, hey, Ball. Also, ja, das hier war so ein generierter Dungeon, halt, wo es Lucky-Box gab. Und wir brauchen jetzt unbedingt mal Clay. Unbedingt. Aber wir müssen Serious Bricks haben für ein Smeltry. Wo gibt's denn Clay? Gibt's denn sowas hier überhaupt? Oh, ja. Ich habe nicht mal eine Schaufel dabei. Ich sollte mich schämen. So, ja, da gibt's nicht mehr. Nicht noch mehr Clay. So, also, ja, da hinten, in diesem, wahrscheinlich sieht man sich gut in diesem weissen Gebäude da, da war ein Lucky-Block versteckt. Und Lucky-Blocks spawnen hier random. Innerhalb von, ich glaube, 200 Blöcken oder so. Also, okay, ich muss mir jetzt einen Schaufel machen, das geht so nicht. Und dann, ja, ich weiss nicht, sollen wir uns das Smeltry bauen? Hm, ich wüsste es jetzt nicht so recht. Okay, aber jetzt haben wir hier drei Leute, das ist, ich weiss nicht, ob das optimal ist, weil so muss man, äh, muss man absprechen, wann man schlafen geht halt, wenn nicht alle ein Bett haben, also Simon wird wahrscheinlich auch kein Bett haben. So, wir haben jetzt die Eisenblöcke hier und ein bisschen Clay. Wir brauchen hier Gravel. So, auch acht Stück und Sand haben wir wahrscheinlich noch nicht. Okay, wir machen uns aber jetzt zuerst mal, ähm, okay, das ist echt buggy mit diesem Seiteninventar. Ist dann im, wie gesagt, 1,7. Clay war doch Kies, oder? Nee, Clay ist Lehm. Ähm, so. Äh, Holz brauche ich. Das haben wir hier leider nicht. Haben wir kein Holz mehr. Haben wir alles verbraten. Ich fürchte es. Boah, was wir an Erzen haben. So, dann, äh, fällen wir eben diesen Baum hier mal schnell. Ja, aber streamen läuft heute echt gut. Ich bin ziemlich beeindruckt. Also, wenn Leute schön zuschauen hier, dann können wir am Nachmittag auch noch ein wenig weiter streamen von mir aus. Aber sonst, äh, am Sonntag ist eigentlich eher kurzer Stream. Am Samstag ist eben ein langer Stream von 9 bis 16 Uhr. Also, gestern waren auch sehr viele Leute da und dann haben die aber auch noch weitergemacht. Äh, bis fast um 5 Uhr. Also, 17 Uhr alt. Ja. Kann da eigentlich auch was machen? Ja, wahrscheinlich schon. So, mal eine Eisenschaufel. Bis zum nächsten Mal.